Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das liebe Projekt MCPE Leben 5. Die 0.15 ist da, das heißt ja auch, dass dieses Projekt bald starten wird. Und heute erzähle ich euch ein paar Dinge über MCPE Leben 5. In Hintergrund seht ihr gerade ein Gameplay, was ich auf dem Notenkattennetzserver aufgenommen habe. Und ja, dann fangen wir auch schon mal gleich an. Was ist MCPE Leben 5? MCPE Leben 5 ist ein MC-Projekt, wo Silface und ich eigentlich mit unserer Community zusammenspielen wollen. Also das, ja, jetzt ist aber auch OneClick.LP dabei. Das heißt, dass auch ein paar von seiner Community sicherlich auch ins Projekt kommen werden. Ja, die größte Frage ist, wie kommt ihr in Leben 5? Das A und O ist ein Bewerbungsvideo. Oben rechts ist das Video verlinkt. In dem Video oben rechts stelle ich euch Fragen, die ihr in eurem Bewerbungsvideo beantworten sollt. Schaut es euch auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr noch kein Bewerbungsvideo gemacht habt. Denn dieses Video ist das A und O, ja, das ihr auch, wenn ihr in dieses Projekt reinkommen wollt. Wenn ihr ein Bewerbungsvideo gemacht habt, dann solltet ihr eigentlich schon so gut wie drinnen. Es werden auf jeden Fall richtig viele Spieler reinkommen. Richtig viele Zuschauer. Und wir werden das ein bisschen strukturiert machen. Also, wenn ihr ins Projekt rein wollt, dann müsst ihr euren Link von euren Bewerbungsvideo in die Kommentare schreiben. Plus Twitter-Name, plus In-Gain-Name und, ja, und was ihr in Leben 5 sein wollt. Also, wie schon gesagt, Leben 5 wird ein Roleplay-Projekt. Das heißt, dass jeder eine Rolle bekommen wird. Ich sage euch jetzt ein paar Rollen, ihr könnt euch aber auch in den Kommentaren, ähm, ihr könnt in den Kommentaren auch Rollen reinschreiben, die ihr gerne sein wollt. Aber das sind jetzt diese Rollen, die ich jetzt sage, werden so die Hauptrollen sein oder die Rollen, die ich jetzt so denken würde, die mir selber gefallen würden. Einmal der Bürgermeister, der wird wahrscheinlich Steelplay sein. Dann würde es noch geben Richter, Anwalt, Bauer, Bauarbeiter, Müllmann, Priester. Ja, das würde witzig werden. Dieb, Richter, Polizei. Manche Rollen wird es nur, manche Rollen werden nur einzeln vergeben, aber zum Beispiel Polizei oder so, wird es sicherlich mehrere geben. Ja, das wird richtig cool mit den Rollen. Ihr habt eine freie Wahl. Und, ja, also Leute, Link zu eurem Bewerbungsvideo. Twitter-Name, In-Gain-Name und, ähm, ja, mehr nicht. In den Kommentaren reinschreiben, dadurch, dass ich, wenn ihr das nicht macht, könnt ihr gar nicht in den Leben reinkommen. Also, es ist eigentlich, ihr müsst das machen, sonst könnt ihr nicht in den Leben reinkommen. Ja, Leute, folgen wir auch auf Twitter. Da kommen aktuelle News über Leben 5 und der Start ist in der 0.15. Also, Leben 5 wird bald starten, in den nächsten Tagen, Leute. Ich werde dann auch zwei Videos pro Tag bringen. Also, Hydra und Leben 5. Also, Leute, auf meinem Kanal geht es jetzt richtig hoch. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, so wie ich. Und, was kann ich da noch sagen? Ähm, ja, wer wird am Anfang dabei sein? Äh, am Anfang haben wir ja so gesagt, ja, am besten wärst du, wenn du One-Click-Silly-Plays und ich nur beim Projekt starten, äh, wenn das Projekt startet, dabei sind. Ich würde das nicht gut finden. Ich würde es am coolsten finden, wenn wir jetzt schon mit einer Community starten, wenn wir jetzt schon mit Zuschauern starten. Also, das würde ich persönlich am coolsten finden. Und, äh, mal schauen, was die Lass dazu sagt. Den Server werden wir auch haben. Äh, was das für ein Server ist, lasst euch überraschen. Und, Leute, das Projekt wird richtig cool. Vor allen Dingen mit diesem Roleplay. Ich freue mich auf jeden Fall richtig hart drauf, mit euch zu spielen. Und, ja, ich, mir, mir macht es auch Spaß, mit euch zu spielen. Also, ich hab immer dran Spaß, mit Zuschauern zu spielen. Und deswegen haben wir auch diese Leben 1, 2, 3, 4 und 4 gemacht, ja. Äh, an Leben 4 hat man auch gesehen, was Leben einfach an sich für ein cooles Projekt ist. Da hat man auch einfach schon so gesehen, dass man da so gut aufnehmen kann, dass man da so viel Spaß haben kann. Und, ja, das macht auch, sozusagen, auch Spaß. Und man hat auch einen Faktor, wieder Lust, ja, aufzunehmen. Also, man hat diesen Faktor wieder Lust aufzunehmen. Ja, das war es auch eigentlich, glaube ich, schon. Mehr wollte ich nicht sagen. Also, Leute, Twitter-Name, Ingen-Name und euren Link von eurem Bewerbungsvideo in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Bewerbungsvideo gemacht habt, macht es. Oben rechts ist das Video verlinkt, wo ich sage, was in diesem Bewerbungsvideo, was ihr da sagen müsst. Und, ja, mehr müsst ihr gar nicht machen. Ähm, Leute, ihr dürft jetzt nicht so denken, nee, ich komme jetzt sowieso nicht in Leben 5. Alter, was ist das denn? Da, kommt, schau mal, es wird natürlich nicht jeder in Leben 5 kommen. Leute, es werden natürlich noch andere Projekte kommen, wo ihr mitmachen könnt. Und darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Aber, Leute, Leben 5 wird ein Community-Projekt, das wollte ich nur mal so sagen. Deswegen werden auch viele von euch da reinkommen. Und es wird auch richtig Spaß machen. Und, ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Leben 5. Ich habe auch Bock auf Leben 5. Und, Leute, dann, bis morgen. Ciao, ciao.